Von der Mittelstation der 12er Kugel Bahn zum Seeker. Trail beim Speicherteich 12er Kugel. Verstehe ich weiter. Volk. Vielen Dank. Die Breitfußalm. Die Breitfußalm. Die Breitfußalm. Der Auffahrtsweg. Die Breitfußalm. Die Breitfußalm. Die Breitfußalm. Die Breitfußalm. Der Seikassi. Die Breitfußalm. Die Breitfußalm. Blick hinüber zum Schatzberg mit der Hacklberger Alm. Die Breitfußalm. 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 Rufe zum Seekar. Der Seekar mit dem Seekarsee. Der Seekar mit dem Seekarsee. Die Bergstation des Seekar-Winterliftes. Rechts gibt es einen Abkürzungs-Trail, wobei man dann aber nicht beim Seekarsee vorbeikommt. Downhill zur Elmar-Alm. Hier mündet der Abkürzungs-Trail wieder ein. Hier mündet der Abkürzungs-Trail. 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 Die Talstation des Seca Winterliftes. Abfahrt zu Elmau Alm entlang des Seca Baches. Die Außenstation Elmau Alm. Appel zu Huber Hochheim. Blick hinüber zum 12er Kugel. Abfahrt zu Elmau Alm. 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 Abfahrt zu Elmau Papier. Abfahrt zu Elmau Alm. Abfahrt zu Elmau Alm. Abfahrt zu Elmau Alm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Läuft mir gleich durch? Gehen wir. Danke. Pfurten bei der Bolzahin. Vielen Dank. Rechts hinten liegt die Bolzalm. Downhill von der Hacklberger Alm, wobei man natürlich auch den Hacklberger Trail fahren kann. Buchecktraben. Buchecktraben. Bei der Mittelstation der Schattberg-Westbahn startet der Buchecktrail. Drei. 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 Es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gleich nach der Jausenstation Gerstreit geht es in den unteren Teil des Bucheck-Trails. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.